So, eher in die Kamera? Ja, probier's einfach mal. Also, meine Mama ist die Beste, weil sie mir jeden Tag leckeres Essen kocht, meine Wäsche wäscht und immer für mich da ist, wenn ich sie brauche. Deswegen liebe ich sie sehr. Genau, aber nur in die Kamera. Das kann ich nicht anscheinend, ich bin gar nicht da, aber prinzipiell war das super. Also, meine Mama ist die Beste, weil sie jeden Tag für mich leckeres Essen kocht, immer für mich da ist, wenn ich sie brauche und natürlich meine Wäsche wäscht. Deswegen liebe ich sie sehr. Wunderbar, Nummer 1. Sehr schön. So, Nummer 2. Ich hab alle hier noch ausgedrückt. Ich zieh den hier anscheinend. Sag halt dasselbe nochmal. Nein, das ist doch scheiße. Das ist so gut. Ich glaube, das ist so gut. Würde das schon so funktionieren. Warte, aber gleiche Seite, denn? Gleiche Seite, alles so. Was ist das, dass der anfängt? Der fängt dann an, die Kamera auf die Schulter zu legen, wenn er keinen Bock mehr hat. Wahnsinn. Weichei. Mach mal ein bisschen vorlaufen, wenn ich mir die Fähigkeit. Okay, wir leiden. Wunderbar. Meine Mutter ist die Beste, weil sie immer meine Wäsche wäscht, mich zur Schule fährt und immer für mich da ist, wenn ich sie brauche. Meine Mutter ist die Beste. Wunderbar. So, vielen herzlichen Dank. Da hat sich was gedoppelt, das ist gar nicht so gut. Das läuft ja nicht heute alles. Es läuft ja heute eins und einer zum Freitag. Weiß doch keine Sau mehr. Verstehst? Wolltest du mal sehen? Ja, oder nicht? Schauen wir uns mal, dann haben wir gleich die Kontrolle. Das ist ein Argument. Das ist ein großes Argument für mich. Wie heißt du mit Nachnamen? Bin Regenjörner. Nachnamen. Ja, gut. Eins, drei.